Missionare verbreiten Lügen, indem sie behaupten, dass der Islam ein Steinkult wäre. Aber der schwarze Stein in der Kabah ist ein himmlisches Geschenk Gottes an die Menschen. Missionare, die die Muslime wegen der Kabah und dessen schwarzen Stein kritisieren, kritisieren in Wirklichkeit ihre eigene Bibel. Was sagt die Bibel zu Steinen? Sind Steine laut Bibel heilig? Und ist der schwarze Stein der Kabah laut Bibel ein Symbol des Götzendienstes? Bevor wir anfangen, solltet ihr das Video namens Die Geschichte der Kabah unbedingt anschauen. Das Video über die Geschichte der Kabah ist eine Voraussetzung, um diese Botschaft zu verstehen. Den Link zu diesem Video findet ihr in der Beschreibung. Nun hoffe ich, dass ihr euch dieses Video bis zum Ende angesehen habt. Jetzt sollte jeder wissen, dass die Kabah nur einer Gebietsrichtung dient. Und der schwarze Stein ein Symbol der Vollendung des Hauses Gottes ist. Selbst wenn die Kabah und der schwarze Stein nicht mehr existieren würden, so müssen die Muslime dennoch in dieser Richtung beten. Die Anbetung der Steine ist so eine große Sünde im Islam, so dass diese Steine, die angebetet wohnen, der Brennstoff der Hölle sein wird. So ersucht Schutz vor dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine, die angebetet wohnen, sind. Aber jetzt kehren wir zurück zum Thema. Roger Libby sagte, Steine sprechen von Gottes Herrlichkeit. Gott hat Steine erschaffen, dass wir besser wissen, wie Gottes Herrlichkeit ist. Laut Bibel sind Steine so heilig, so dass Gott sich selbst als ein Stein zu Johannes offenbarte. In einer Offenbarung führten Engel den Johannes im Paradies. Und er sah Gott auf dem Thron sitzen, und er schildert uns, wie sein Gott aussah. Danach schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und ich sah einen Thronstein im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der, der darauf saß, war anzusehen wie Jaspis, unser Diestein. Und ein Regenbogen war ringsum, den Thron anzusehen wie ein Smaragd. In diesen Versen der Bibel ließ man, dass Gott sich selbst als ein Stein offenbarte. Auch in Jesaja wird Gott als ein Stein bezeichnet. Denn Gott, der Herr, ist ein Fels. Gott wird in der Bibel als ein Stein bezeichnet. Mal im metaphorischen Sinne, mal im bittlichen Sinne. Als Paulus und Co. ihre Briefe aufschrieben, hatten sie ständig versucht, gegen die Juden zu hetzen. Und dämonisierten die Gebote Gottes, die Jesus eigentlich für heilig erklärte. Paulus und Co. nahmen das Alte Testament, in dem Gott beschrieben wird. Kombinierten diese Verse auf Jesus, so dass Jesus vom Menschen als Gott gemacht wurde. So kam es auch, dass auch Jesus als ein Stein bezeichnet wird. Der Stein ist ewig, es ist Christus. Denn Gott, der Herr, ist ein Fels. In antiken griechischen Tempeln befand sich oft ein heiliger Stein abends. Am Palus teges, der Nabel der Welt, der als Ort der Schöpfung angesehen wurde. Ähnliche Traditionen wurden von Juden über den Felsen der Gründung im Tempel bewahrt, der sich heute im muslimischen Felsendom befindet. Viele Christen glauben, dass sich das Zentrum des Universums, eine Grabskirche in Jerusalem, in der Nähe des heiligen Felsens von Golgatha befindet. In Jesaja lesen wir, Deshalb sagt der Herr, Gott, siehe, ich bin derjenige, der in Zion einen Grundstein gelegt hat. Einen Stein, einen geprüften Stein. Einen kostbaren Eckstein eines sicheren Fundaments. Wer glaubt, wird nicht in alles ein. Steine sind in der Bibel so heilig, so dass Gott höchstpersönlich sie als kostbar bezeichnet hatte. Und wer daran glaubt, wird errettet sein. Die Bibel enthält auch zahlreiche Beispiele für die Verwendung heiliger Steine. Im Hebräischen wird ein erhabener, freistehender heiliger Stein als Marschalbord bezeichnet, was oft als Säule übersetzt wird. Mose errichtete zwölf Steine als Zeichen der Annahme des Bundesjahres durch die zwölf israelischen Stämme. Joshua befiel nach der Überquerung des Jordan nach Palästina die Errichtung von zwölf Steinen aus dem Jordan als Denkmal. Diese Steine wurden verwendet, um das Gebiet um das Heiligtum von Galgal anzuschließen, denn auf Hebräisch bedeutet Galgal Steinkreis. Laut Bibel wird Gott seinen Thron durch ein neues Jerusalem, das er erschaffen wird, auf die Erde setzen. Eines der Markenzeichen der neuen Stadt wird ihre Mauer sein, die zwölf Edelsteine enthält, die für ihre Fundamente verwendet werden. Mit diesen aus der Offenbarung, wer ein Ohr hatte, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt, demjenigen, der siegt, werde ihm einen weißen Stein geben, mit einem neuen Namen auf dem Stein, den niemand kennt, außer dem, der ihn erhält. Auch hier sehen wir, dass ein weißer Stein als heilig angesehen wird. Laut Islam und Christentum können Steine sprechen. Jesus sagte, ich sage ihnen, wenn genau die Steine schreien. Der Herr sprach zu Mose, schneide dir zwei Steintafeln, und ich werde die Worte auf die ersten Tafel schreiben. Die Heiligsten, alle Gebote Gottes, wurden auf Steinen geschrieben. Wer sich das Video, die Geschichte der Körper gesehen hat, weiß jetzt, dass das Gebäude im Mekka das Hause Gottes heißt. Auch die Bibel hat einen Stein namens Beth-el, das übersetzt auch das Haus Gottes heißt, der auch als ein Grundstein, wie der schwarze Stein der Kaber genützt worden ist. Und Jakob nahm den Stein und richtete ihn auf und hieß diese Stätte Beth-el, Haus Gottes. Und Jakob tat an Gelübde und sprach, Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Mal soll ein Gotteshaus werden. Die Geschichte von Jakobsleiter erzählt, dass er an einem Stein schlief und erkannte, dass der Herr an diesem Ort war. Und er stellte den Stein auf, begoss ihn mit Öl und nannte ihn Beth-el, Haus Gottes. Dieser Stein war so wertvoll, dass Jakob diesen Stein salbte. Wenn man einen Stein oder einen Menschen salbt, dann nennt man diesen Gesalbten auf Hebräisch Messias oder auf Griechisch Christus. Kaaba bzw. Beytu Allah und Beth-el bedeuten das Haus Gottes. Wie im Islam und auch in Juden und Christentum wird ein heiliger Stein als eine Vollendung einer Gebetstätte errichtet, die nur den Allmächtigen gewidmet ist. Missionare kritisieren den Islam, da man im Islam glaubt, dass der schwarze Stein der Kaaba aus dem Paradies stammt. Und laute ihrer Meinung, existieren kann Steine im Paradies. Hätten sie aber die Bibel wirklich gelesen, dann hätten sie solches nie behauptet. Roger Liby sagte, Steine sind so wunderbar und bedeutsam, dass Gott sie sowohl im Diesseits als auch im Jenseits erschaffen hat. Im Buch Hinsekiel wird beschrieben, dass Steine auch im Paradies existieren. In Eden-Paradies, im Garten Gottes, warst du, Satan. Mit allerlei Edelsteinen, mit Sardis, Topaz, Diamant, Chrysolid, Unix, Jaspis, Saphir, Rubin und Smaragd warst du bedeckt. Am Tage deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du, Satan, warst ein Gesalbter, Christus, Messias, ein schützender Cherub, Engel. Ich habe dich gesetzt auf dem heiligen Berg Gottes, himmlischer Tempel. Darum habe ich dich vom Berg Gottes, himmlischen Tempel, verstoßen und dich, du schützender Cherub, Engel, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Nicht nur Jesus, Könige und andere Propheten werden als Messias bezeichnet, sondern auch der Satan. Die Bibel sagt von sich aus, dass Steine auch im Paradies existieren. Welcher Christ möchte jetzt behaupten, dass Steine nicht im Paradies existieren? Wie wir nun bewiesen haben, haben solche Missionare, die den schwarzen Stein der Kaaba kritisieren, kein wirkliches Wissen über die Bibel selbst. Wenn Missionare den schwarzen Stein der Kaaba dämonisieren, dämonisieren sie im Endeffekt die Bibel, die für sie das Wort Gottes ist. Wieder einmal haben wir die Doppelmoral der Missionare aufgezeigt. Paulus und Jesus Alessim sagten zu euch, denn indem du über die anderen urteilst, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du urteilst, handelst genauso, belehrst du dich selber nicht, der du den anderen belehrst. Ihr Heuchler, entfernt zuerst den Balken aus eurem Auge, dann könnt ihr klar sehen. Die Anbetung der Steine ist eine so große Sünde im Islam, so dass diese Steine, die angebildet wohnen, der Brennstoff der Hölle sein wird. So er sucht Schutz vor dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine, die angebildet wohnen sind. Wahrlich, ihr und die Steine, was ihr statt Gott angebetet, seid Brennstoff der Hölle. Dahin werdet ihr kommen müssen. Wären diese Götzen, Steine, Götter gewesen, wären sie nicht dort hingekommen. Doch sie müssen alle auf ewig darin bleiben. Alle Quellen findet ihr in der Beschreibung und in den Kommentaren gepennt. Möge subhanahu wa ta'ala solche Heuchler recht leiden. Amin. Salaam wa leikkon mei. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.